Nachdem wir also das Wo bin ich hier und was mache ich hier geklärt habe, kommen wir in Lektion 3 wirklich zu diesem Aspekt des Tuns. Was mache ich hier? Wie schaffe ich das DEOP? Denn das universitäre Lernen, der Fokus der dritten Lektion, unterscheidet sich doch um einiges von der Art des Lernens, wie wir sie entweder aus der Schule oder auch aus dem Berufsalltag gewöhnt sind. Welche Herangehensweisen, welche Strategien brauchen Sie, um die große lerntechnische Herausforderung eines Studiums und insbesondere dieses ersten Semesters zu meistern? Auch dazu bekommen Sie Erfahrungsberichte sowohl von Studierenden, die diese Phase bereits erfolgreich gemeistert haben und ihnen erzählen, was Sie sich neu aneignen mussten und was Sie für Strategien als erfolgreich empfunden haben, um diese erste Studieneingangsphase zu bewältigen. Darüber hinaus lassen auch unsere Lehrenden Sie teilhaben an ihren Erwartungen. Was erwarten sich Ihre Lehrenden von Ihnen in dieser ersten Phase des Studiums und was vielleicht noch nicht? Passen diese Erwartungen mit dem zusammen, was Sie sich vorgenommen haben für dieses erste Semester?